Ich habe noch einen kleinen Snack gemacht. Es gibt Sandwiches und die werden mehr zu essen. Möchtest du eine Gurke, Leo? Okay, dann nicht. Alles gut bei dir, Bibi? Möchtest du mal ab? Kann mir jemand helfen? So, wir haben uns jetzt alle ready gemacht. Wir haben den ganzen Tag bei uns im Haus verbracht, waren im Pool und haben einfach gechillt. Haben allerdings auch nur gefrühstückt. Deswegen fahren wir jetzt in den nächsten größeren Ort. Das ist allerdings so eine halbe Stunde von hier. Und da soll ein super schöner Hafen sein mit einer Promenade, mit ganz vielen Cafés und Restaurants. Und da werden wir jetzt ein bisschen spazieren. Und da ist auch ein großer Supermarkt. Denn hier haben wir auch nur so einen ganz kleinen. Und dann gehen wir dafür die nächsten Tage auch was einkaufen. Bezieht euch das mal bitte rein. Wir sind hier gerade an einem Supermarkt vorbei gekommen. Und hier oben sind ganz normale Melonen. Und das sind so riesengroße Melonen. Das ist mindestens fünfmal so groß. Mega geil. Mega geil. Ja. Ja.